Hallo und grüß dich wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich mit euch Topfenkugeln zubereiten, so ähnlich wie Topfenbuchteln. Dazu brauche ich einmal Topfen, Birt in einen Kessel gegeben, Zucker, Vanillezucker, Eier, Schale einer Bio-Zitrone, Obers und die zerlassene Butter. Das alles verrühren wir gut. In der Zwischenzeit gebe ich jetzt Backpulver zum Mehl dazu hinein und eine Spur Salz. Das ist fast zu viel und das Ganze verrühren wir dann gut. Inzwischen ist auch unsere Masse gut cremig geworden und jetzt gebe ich das Mehl nach und nach dazu hinein. Ich habe auch den Knethaken jetzt eingespannt. Ja, es wird schon ein schöner Teig. Inzwischen könnt ihr auch euren Backofen auf 160 Grad einschalten, wenn es hier heiße Umluft hat. Beim anderen auf 170 Grad. So, der Teig ist nun gut durchgeknettet. Wir nehmen diesen jetzt auch heraus. Ich werde nun meine Arbeitsfläche etwas bemehlen. Den Teig herauskippen. Geht ganz leicht. Den Teig noch einmal durchknäten. Diesen forme ich jetzt zu einer langen Wurst. Schneiden ihn dann in kleine Stückchen. Ja, eine Form habe ich mir schon vorbereitet. Diese wird mit Butter ausgestrichen. Die Stückchen platt gedrückt. Nun mit Marmelade oder mit Bovil. Ich habe da jetzt noch einmal Bovil. Auch Marillenmarmelade. Rivieselmarmelade würde gut passen. So wie Buchtung gefüllt. Gut zusammengeklappt. Und auf das befettete Geschirr geben. Und bevor wir sie zusammensetzen, etwas mit Butter einstreichen. Und schon die nächsten. Schön einwickeln. Zumachen. Und wieder einlegen. Nun die letzten paar werde ich jetzt mit Marillenmarmelade machen. So. Das letzte noch hinein. Und fertig werden einmal unsere Topfenkugeln diese nun in den Backofen geben. Wie gesagt. Wie gesagt. 160 Grad. Heißumluft. Und jetzt können wir es einmal herauspacken. In etwa 20 Minuten. Nun. Die 20 Minuten sind jetzt um. Sind schon schön aufgegangen. Aber ich glaube, ich lasse noch mindestens 5 Minuten drinnen. Dann wird es noch eine schöne Farbe kriegen. Und gut. Ich denke jetzt reicht es. Zu hart sollen sie auch nicht werden. Sie sollen schön elastisch sein. Ja. Die Farbe hat uns auch angenommen. Nun fehlt noch mehr Zucker. Und eine gute Vanillesauce passt auch gut dazu. Ja. Ich bin somit am Ende. Ich wünsche euch beim Nachbacken gutes Gelingen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. J 담K.